Herzlich Willkommen bei TV total hier haben sie mitbekommen Doping Skandal in der bundesliga nicht jetzt viele jahre her in den 70er 80er Jahren angeblich wurde da gedobt und Gibt auch vorwürfe gegen stuttgart und freiburg denn die trainer haben vor jedem spiel gesagt macht die pille rein Ja das war in den 70er 80er Jahren war das ein bisschen anders damals hieß das nicht doping sondern fukuhila wer sich erinnert Dann tolle nachricht für alle schüler die lehrer streiken an deutschlands schulen Ja ich glaube ein lehrer streik ist gar nicht so einfach zu organisieren weil muss ja dieses kurze zeitfenster zwischen zwei ferien abpassen Ja Sonst klappt das ja gar nicht ja und kein zufall dass der streik genau in die fastenzeit fällt Weil viele lehrer können ohne alkohol gar nicht mehr unterrichten Und wofür wird gestreikt wofür streiken die lehrer natürlich für mehr geld und schusssichere westen das sind die wesentlichen zwei punkte